Willkommen zurück zu Super Mario Bros 35 und dieses mal zeige ich euch wie ihr einen coolen wie ihr den Luigi kriegt wie ihr den frei spielt und wie er dann so funktioniert also als aller erstes müsst ihr mal alle Level freigeschaltet haben also überall wenigstens einmal das Level geschafft haben dann geht hier hin und haltet L gedrückt und wählt dann das Level aus und haltet immer dabei L gedrückt die ganze Zeit so ich halte immer noch L gedrückt so jetzt habe ich losgelassen warum bin ich kein äh hallo warum bin ich kein Luigi hä das ist jetzt oh meine Zeit verdammt äh äh lass mal gerade mal kaputt gehen ah jetzt bin ich Luigi ah ja okay gut ich habe schon gedacht es funktioniert nicht mehr aber es funktioniert ich bin jetzt wie gesagt Luigi aber ihr seht jetzt hier ich bin von der Feuerblume hin zu einem großen Luigi geboren nachdem ich kaputt gegangen bin und jetzt bin ich ein kleiner Luigi normalerweise kenne ich das so dass wenn ich jetzt getroffen werde ich eigentlich direkt klein bin oder ah ne doch nicht ne alles gut du nimmst zurück ich hab mich da irgendwie vertan so wie gesagt wenn ihr die Feuerblume dann nimmt dann seid ihr ja wieder Mario das kommt davon wenn man zu viel redet jetzt muss ich mal gucken ob ich hier noch irgendwie was retten kann ja das kann ich ja wohl voll knicken oder das ist jetzt hier noch irgendwie das schaffen yo okay warte mal ähm ich probiere jetzt mal wir fangen jetzt einfach mal hier mit klein an also wie gesagt dadurch wenn ich L drücke verschiebt sich das ja hier deswegen ähm am besten hier auf den Stern zum Beispiel wenn er klein anfangen wollt drückt er den Mario aus äh er wählt er den aus so und dann starte ich wieder als so Luigi genau so sollte das sein eben nicht zu sehen weil ich halt Feuerblume hatte und dann sind wir wieder Mario wie gesagt Feuerluigi gibt es irgendwie nicht aber was solls trotzdem cooles Feature ja palazienda dessen wirst du wohl da mal hoch ah wieder dieses Level kann ich absolut nicht leiden So, machen wir mal hier ein bisschen Dampf. So, zack, zack. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Gut, dann war es das wieder hier mit mit diesem Video und dann bis zum nächsten Video auf Wiedersehen.